Hey, ich bin's wieder, Ludwig, dein Body Vital Trainer. In diesem Video zeige ich dir Übungen mit dem Rubberband, also mit dem kurzen Gummiband. Solltest du kein kurzes Gummiband haben, dann nimm einfach das Lange und Knotes zusammen. Solltest du beides nicht haben, dann einfach eine alte Strumpfhose nehmen. Ich zeige dir in diesem Video Übungen für Bein und Po, also Oberschenkel und den Po. Los geht's nach dem Intro. Möchtest du keine Videos mehr von mir verpassen, dann abonniere bitte meinen Kanal und drück die Glocke. Somit verpasst du keine Videos mehr von mir. Los geht's! Wir geben das Band. Wir legen uns gerade hin, bleiben gerade stehen. Wir sollten beckenbreiter, schön gerade stehen und wir verlagern das Gewicht auf das eine Bein und geben das eine Bein auf die Seite. Und wir nehmen das. Okay, piano, das ist ja. Ja. Dann bleiben wir gleich beckenbreit stehen, verlagern wieder das Gewicht auf das eine Bein und streichen das Bein genau an der Knie. Wir müssen uns absetzen. Schön gerade stehen bleiben, Bauch ansparren. Und andere sind. So, jetzt legen wir das Band über die Knie rüber. Gehen ein bisschen breiter, gehen runter in die Hockestellung und nicht mehr raus. Auf zwölf Stück. Bauch anspannender Bein, hoch raus. Wenn es wird. Dann legen wir unseren Boden gegen die Füße zusammen. Und jetzt Knie raus und wieder rein. Ganz langsam. Zwölf Stück. Immer ausatmen beim rausgehen, weil sie dann einschneiden. Die Füße. Die Füße. Die Füße. Die Füße. Die Füße. Die Füße. gefallen haben, bitte dann lass einen Daumen hoch da und hier unten sind noch ein paar Videos von mir, die dir vielleicht auch gefallen könnten. Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder zuschaust.